Setzt euch bequem hin. Wenn ihr mögt, schließt eure Augen. Macht ein, zwei tiefe Atemzüge. Ihr könnt dabei ein bisschen gähnen, seufzen, wenn ihr mögt. Das wird befreiend. Und wenn ihr ausatmet, dann seht, dass euch aus eurem Mund ein weißer Nebel herausfällt. Und legt in diesen weißen Nebel alles hinein, was ihr jetzt loslassen möchtet. Alle Hexe, alle Sorgen, alles was euch bedrückt, legt in diesen weißen Nebel. Und seht, wie der Nebel aus dem Fenster verschwindet und sich draußen in nichts auflöst. Und dann findet langsam zu eurem eigenen Atemrhythmus. Seid eurer Aufmerksamkeit im Herzzentrum. Es kann das Herz Chakra sein. Es kann das Herz selber sein. Es spielt keine Rolle. Und habt eine gute Reise. Das Herz Chakra sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Amen.